ein schnutz 2.900 geld wie hat sich der schrank angekotzt? wir sind im weg wir werden jetzt alle sterben weil der schrank weggepackt wurde wir haben gar kein leiter oder? ach doch wir haben eine leiter gehen wir wieder in unseren exit ich muss erstmal meine tasche nach holen landet die in die rakete hier vorne ne? ja pass auf dass sie nicht derbt dann warte ich noch kurz ich sehe sie schon da kommt sie da ich habe schon mal einen flashlight hier liegt noch einer und ich bin auf dem walker liegen ich bin hier im walker ich sehe keine da ist eins hier ist lockt und ich glaube unten geht es nicht weiter oder? ne haben wir einen schlüssel? einen schluss wahrscheinlich guck mal ich hole mal einen ah ich bin einfach aufgedrückt du musst knackern im main entspannt haben wir haben wir haben wir also ich glaube maria hat irgendwas von hund geschrien ich habe sie nämlich aus dem wohnzimmer gehört und oh ne flashbang ich kotze im strahl nein welches vorstum auf der treppe ja das bringt uns gar nichts weil wir kommen nicht durch hier ist lockt kannst du uns einen schlüssel in ich ja jojo jojo ist ein schiff noch ein schlüssel? kannst du ich glaube hier liegt keiner hä? hallo? bringst du uns ich habe den nussknacker gefunden oh oh ist ok du hast ihn richtig easy gefunden da kommt er ja da ist er aah w aah ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Ah-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. ...aber-entweder es gibt es 2 Hast du nen Schlüssel gekauft, Tobi? Nein, Lockpicker. Das dauert jetzt mal ne Minute, aber es wird scheißegal, Alter. Wenn in dem Raum jetzt nichts Gutes kommt... Komm mit zum Fallex, probier mal reingehen, wir haben einen Lockpicker gekauft. Ähm, Maria... Du weißt, wenn du rechts lang gehst, liegt doch kein Verwarten. Na, ab kurz. Ich hab den Wege... Was ist gar nichts? Da liegt was, wo du jetzt an Lampen gehst. Ja. Da steht auf jeden Fall ne Lampe und ne V-Engine, würd ich sagen. Das war, glaub ich, das Lampkasse gewesen. Dann geht's jetzt nur noch vom Eingang in den Schlag. Hörst du das? Ja, ich glaub wir haben den Genickbrecher hier, Tobi. Das Game leckt. Da ist drei Sachen. Da kommt der. Wir haben bei uns den Genickbrecher bei Liz Lieblingsraum. Du, du schon mal das Paket, ich hol hinten das andere Zeug. Alter, das leckt bei mir das Game jetzt, ne? Was ist hier los? Tobi, mach dein... Mach dein Rechner ein Update, oder? Wie bitte? Mach dein Rechner ein Update, oder? Ich bin mir grad das Game übelst geleckt. Nein. Mein Rechner macht gar nichts. Dann hier ist... Oh, ich hör den Genickbrecher. Kann man kurz ein anderes da. So, jetzt hab ich volle Hände. Hast du noch einen Slot frei? Nope. Okay. Ach hier, da ist glaub ich gebraucht. Boom. Ja, dann geh schon mal. Er ist hier links neben uns. Wie schnell kann der laufen, Alter? Ja, ich komm noch. Daniel, rechts ist doch was auf der Treppe. Ich glaub Daniel hat volle Hände, oder? Ja, ne, ich hab noch. Okay. Wir haben Hund draußen. Und? Das war irgendwo. Und ich hab ausgesehen, wir haben einen Flashbang back geworfen. Die wollte ich endlich zur Sicherheit lassen. Dreckig. Gut, dass ich zwei Sachen hab, die die ganze Zeit... ...hug bei Abz machen. Ja, auch. Wir sind draußen. Schleiß mal auf den Drecksloch-Tickel. Kann man das nicht auch mal irgendwie... Ja. Wappert das immer? Warte. Nein. Lass mal los. Still. Das Problem ist, unten liegen jetzt noch vier Sachen. Und wir haben noch die Leiter, die wir mitnehmen müssen. Naja, das ist zwei, ne? Liss. Ruhig sein. Ruhig sein. Wir haben Hund. Kannst du die Lampe noch nehmen, Daniel? Ohne was zu sagen. Vielleicht kannst du die noch grabben. bei dem Leiter. Warte. Ich muss mich nicht aufpassen. Warte. Okay. Warte! Wir sind hier ein Kafe. Wir sind hier ein Kafe. Wir sind hier ein Kafe. Ja, was? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nein, das wollte ich nicht. Ist bei dir alles gut? Das ist dein Stream, weiß. Ist er? Ah, hallo. Okay. Daniel, warst du dich gerade auch hier? Ja, wir sind am Aiden. Ah, okay, nice. Gerade was zurückgebracht. Ist da noch was? Äh, geradeaus und dann rechts und dann nochmal rechts. Da wo nicht meine Fußspuren sind, müsste ja noch eine Tür sein. Ja. Ah, hi. Hi. Okay. Guten Tag. Oh, eine Jump-Passage, wie schön. Okay, ciao. Ja, Juli und ich gleich nochmal weggerannt. Oder soll ich nochmal runtergehen und irgendjemanden liken? Also von mir aus nicht. Kannst du machen, vielleicht gibt es was in der Luft. Oh, hier ist halt auch nicht so viel gefächert. Sackgasse. Dann hinten geht's noch weiter. Bei mir ist Sackgasse. Oh, hier liegt der auch noch weiter. Oh, Aloha. Oh, Julius. Äh, 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 das ist Lieblingsraum. Oh, da komm ich mal zu dir. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab die ganz falsch gelaufen, Leute. Dann ist die Tia Zahnpasta und ne V-Engine. Ich hab die V-Engine jetzt mal da gelassen. Sackgasse. Indem du zurück gehst? Keine Ahnung. Hier liegt noch ein Armeehelm. Ist hier noch mehr? Keine Ahnung, wieso nicht komplett durch? Ist noch ein Big Bolt. Aber auf der anderen Seite ist auf jeden Fall noch eine Tür. Wo ist Liz denn, dass ich Liz so leise höre? Ach, da ist Liz. Sind wir jetzt alle hier? Ja, es gibt ja keinen anderen Weg. Nein, ich hab keine Ahnung. Was machst du jetzt? Bitte. Ich hab halt sonst nichts weiter. Nee, ich bin doch scheiße. Der Sprungfedermann und wir sind zu fünft auf einem Haufen. Na dann geht mal alle, ich hab nichts weiter mit. Komm Jojo, komm. Jojo, komm her. Ich hab nichts in der Tasche. Geht ihr mal vor. Okay. Alles gut. Ich kann mich von hier aufnehmen. Ah nein, wir müssen... Genau, wir müssen hier lang. Jojo, komm, ich zeig mir dir. Nadja, du musst ein Stück weiter rechts. Rechts. Ich hab ihn. Okay. Oh mein Gott, irgendjemand wird grad getötet. Hinter uns ist ein Yippie. Just for info. Ich seh doch nicht, was ich hier springen muss. Da ist Mimic. Da ist Mimic. Da ist Mimic. Rennt, rennt. Mimic. So. Komm ich dann hier raus. Danke, da drinnen. Aber er rennt doch woanders hin. Aber was soll ich machen? Ich guck immer noch den Dings an. Ach scheiße, still. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Liss, wir haben auch keine Ahnung, wo wir lang müssen. Meine Taschen haben bis ausgegangen. Nein. Oh mein Gott. Nein, ich hab voll viel. Warte, warte, bleib stehen. Bleib stehen, Jojo. Pass auf, der Gelegtbrecher, Liss. Liss, der Gelegtbrecher. Ja. Ja, richtig. Ich hab hier einen Jester, ich hab hier einen Bedichtbrecher. Ich hab hier alles. Ja. Was ist bei dir? Ich bin tot. Der Mimic. Hallo Jojo. Der Mimic, ne? Okay, Maria, wir machen das so. Ich renne durch. Ich hab voll die rote Sicht. Dann bist du da. Und du rennst durch. Du musst überleben. Die anderen werden hundertprozentig sterben. Oh mein Gott. Komm, 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 komm durch. Schnell, schnell, schnell. Komm, komm, komm. Raus, raus. Ist ja auch da. Oh mein Gott. Die anderen werden sterben. Hundertprozentig. Hier, 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 hier. Oh nein. Fuck, 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 fuck. Das war super. Das war so krass. Warum wirst du nicht durch die Tür gegangen, du? Weil ich dachte, dass da einer von denen läuft. Und dann hab ich gedacht, scheiße, nein, keiner hat Orangenschaden. Und ich wollt mich gerade umdrehen, als der kam. Das ist übrigens ein Schein. Ich bin drin. Und alles liegt vorne. Also ich hab... Daniel hat Sachen noch mitgenommen gehabt. Mimic ist draußen. Ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe. Um ehrlich zu sein, ne? Also direkt am Main liegt dann noch was von uns, ne? Also Liz hat's nicht durch die Tür geschafft. Okay. Mimic ist dann freier Exit, Alter. Das Problem ist, wir haben nur ein Boden. Ich verstehe auch nicht, wie... Scheiße. Scheiße. Psch, 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 psch. Soll ich mal probieren? Nein, du. Fuck. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob ihr... Er ist drin. Er ist drin, Maria. Flieg los. Was? Das kann ich! Ich bin tot! Nein. Nein, Tobi. Tobi! Scheiße. Das ist so geil, Alter. Ich fliege jetzt immer wieder schaffen. Ich hab keine Ahnung, wie schafft ihr das immer wieder? Ey, Tobi, hast du die Tür schon mal aufmachen können? Nein, wir fliegen jetzt mit ihm weg. Wir fliegen mit dem Hund weg, ja? Okay, cool. Der kommt jetzt mit! Scheiße, Alter. Das kann doch nicht sein. Flieg los! Ich kann nicht! Ich kann nicht! Warum kannst du nicht? Ach ne, das war kacke. Ey, ihr hättet´s sehen müssen, wie Litz gestorben ist, ohne Scheiß, ne? Ich hab Litz zugeguckt. Scheiße, dumm. Und ich seh nur, sie ist quasi am Exit. Hinter ihr seh ich schon die leuchtenden Augen. Und anstatt durch die Tür zu gehen, dreht sich nach rechts und sagt, hier, hier, hier. Und in dem Moment sich einfach nur, knack, tot. So. Warum? Ja, weil ich dachte, es war einer von euch. Stellte sich heraus, es war der Mimik, der vor mir weggelaufen ist. Ja. Alter, das war's so klar. Alter, das war's so klar. Also von beiden dachte ich jetzt Tobi. Vielleicht sollte Tobi nicht gelb-orange anziehen. Von beiden sah das echt nach deiner Farbe aus. Hä? Aber ich rede doch über Discord. Ich rede doch die ganze Zeit, dass ich mit Maria im Schiff bin. Ja. Alter, weißt du, wie konzentriert ich war? Der Jester im... Da hört man das nicht. Das hört man ja nicht. ...und dem fucking Break-In wegzukommen? Wirklich. Die Jester ist ganz entspannt mir hinterhergelaufen, ich die ganze Zeit rückwärts. Der Coil hält immer wieder und der, ähm... Du hast das Gleiche an wie vorher. Der hat irgendwie ganz entspannt gemacht. Maria? Jetzt hast du Daniels an. Ich glaub, das hier ist deins. Was? Ich hab... Daniels verloren. Was, was ich hier in der Hand hab? Das Geilste war, dass mich der Genickbrecher einfach in den Liss getötet hat. Hä, meinst du, ich bin noch gestorben? Ja, aber du bist doch hier im Schiff gestorben. Ja, und ich konnte nicht weg, weil ich ja den Coil hält angeguckt habe. Wollte rückwärts und da ging's aber nicht lang. So, unser letzter Tag. Titaren können wir bleiben. Titeln? Sture. Jetzt sind wir mal gucken müssen, oder kann der das geht? Alter, ich brauche einen Walkie. Ich hab gar nichts mehr. Ich brauch nur einen Walkie. Ich fand das grad so unglaublich witzig, wie ich mit Maria hier drin bin. Wer braucht noch Dinge? Ich mich gefreut hab, ich hab alles. Wie ich mich gefreut hab, dass ich den Hund ausgesperrt hab. Ich dreh mich um, der Hund ist im Schiff. Und ich dachte mir so, nein, das kann nicht schon wieder passieren. Ich sehe, Maria wird getötet, der Hund läuft auf mich zu. Ich dachte mir, okay, Ripp, wir können alles vergessen. Ja. So, hab alles bestellt. Vielleicht wäre er nicht reingekommen, wenn der Schrank quergestanden hätte. Oh nein. Wir brauchen jetzt noch 600. Wenn wir 600 finden, schaffen wir das. Wenn wir keine 600... Wenn wir keine 600 finden, können wir unser Leben abschreiben. Oh, meine Mama hat gesagt, sie soll ein Leiser machen. Ist okay, Mutti. Ist okay. Sagt mir keiner, dass ich gar nichts habe. Bei 4 Minuten hab ich gar nichts gesagt, da wurde ich fast vom Hund attackiert. Alter, fick dich. Das sagt Sektion mit dem Wien hier. Als Voice geht wieder an, das erste, das hier ist, alter, fick dich. Alter, fick dich. Hä? Hä? Okay. Puh. Das ist noch keine Nachtruhen. Warum habe ich rote Sicht? Nein. Wie du hast rote Sicht? Ich habe... ...der rote Sicht. Ich geh schon mal. Guck mal grad bei dir im Stream. Guck mal grad bei dir im Stream. Oh, das ist der Bug, den ich letztens hatte. Ska. Damit kannst du nicht spielen, ey. Ja. Braucht jemand noch eine Taschenlampe? Aber... Wir stehen grad draußen. Schaffst du's so uns zu führen wenigstens? Die Kamera? Ich kann's probieren. Ich hab doch letztes Mal auch so gespielt. Ja. Also ich kann auch probieren reinzugehen. Nee, bleib lieber drinnen. Falls wir so eine Ausnahmesituation haben wie jetzt, ist Kacke. Also ich kann euch vielleicht sagen, wenn was in der Nähe ist, aber wie dahin kommt, keine Ahnung. Hast du alles? Ja. Was brauchst du jetzt noch? Warum kommst du so spät? Alles. Ja, ich bin tot. Ich geh hinterher. Äh, hier ist der... Main. Main. Ich bin beim Main. Da sind gleich viele Sachen auf der Seite, wo du ganz lang löst. Ja, hier ist der Energiekernraum. Hau rein los die deines, du da warst. Alles gut. Gute, gute Nacht. Fahrfisch. Äh, die Bottles hab ich mit Absicht stehen gelassen. Und ich hör hier auf. Irgendwas liebsen. Aber ich seh die Katze nicht. Die hier sind... Ja, da ist... Im Schiff. Was grünes? Ja... Okay... Katze. Wie bitte Jojo? Ah! Ich hör hier irgendwo ne Katze. Oh, hallo. Hallo. Ist hier die Katze? Ich hör die so intensiv laut. Keine Ahnung. Was ich... Also Fire Exit lohnt nicht oder was? Nein. Na Fire Exit... Könntest du durchgehen, aber kommst du... Im indirekten Weg zum Main. Ah, Nussknacker. Sonst geht's ja auch noch später. Oh, oh, oh. Was? Noch Nussknacker? Nussknacker. Noch einer. Zwei. Wir wollten hier P-Bug. Ja, ist doch super. Hallo Maria. Tada. Da ist der Nussknacker. Da ist Daniel. Warte fuck er mal. Ja. Gerade raus war was, Daniel. Das ist ein Item. War fast ein Item. Hier rüber oder was? Ah ja, ne V-Engine. Ist noch irgendwas in der Nähe? Ah! Irgendwo anders? Er kommt. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Ich dachte, wenn ich die Tür zu habe, sieht er mich nicht. Säckes. Hat man die Bottles runtergeworfen. Hui. Rechts lang ist nochmal ein Item. Ich geh nochmal in den Pfeil zu holen. Super. In dem Raum ist was, Daniel? Ja, Bottles. Man könnte jumpen. Zwei Items. Zwei Hände. Oh mein Gott, war das knapp. Oh, hier ist ne Sackgasse. Okay. Raus. Oh mein Gott. Alles klar. Danke. Jester. Jester. Jester, ich muss raus, weil sonst fängt sie an zu spielen. Die Scheiße werde ich nicht überleben. Jojo, lebt Daniel noch? Ich glaube, ich seh'n Riese oder so. Hä? Irgendwas sieht mich. Aber... Ich will nicht zuerst ner für den Drucker. Jester, ich lumchen. Die gehen. Vora mal raus und reinigen. Zwei Fuji. Die gehen geräusche Ahí. Zwei Leute. Achaz das? ernsthaft beim öffnen der tür bin ich gestorben mir haben sie nicht mal die tür aufgemacht ich stand vor der tür und bin gestorben ich habe keinen bock mehr ich habe gerade überlegt ob ich einfach wäge quitte nee also wirklich stand vor der tür genau vor der tür sie hätten sie nur aufmachen müssen stimmt mal ab dass sie losfliegen bitte die gleiche sicht wie jojo ja ich wollte durchs main rausgehen weil er das weil er das unterbrochen hat die animation des öffnens wurde von dem kohle hat getötet ich habe es rückwärts bis zum main entrance geschafft ne und dann sterb ich durch die scheiße ernsthaft dachte ich dreh durch jojo bist du eigentlich komplett doof in der tastatur scheiße laut die tastatur war dreifach so laut als das was die list gerade hatte ich dachte am anfang auch so das ist der mikro krasser jetzt haben wir verkackt das ist anscheinend einfach komplett empfindlich ich glaube ich bin vorgekrochen aber kam nicht schnell genug ran es tut mir so leid ich bin an der tür losgelaufen der hund der hund der hund ist genau vor mir auf der treppe gespawnt als ich wieder hoch wollte und ich lauf runter zu jojo und dann kam mir langsam hinterher ich war so scheiße ich hatte zwei jp-bugs ich hab die kackse ich jetzt auch jojo ich hab vor allen dingen den coil hat bei mir gehabt zwei jp-bugs und bin rückwärts die ganze zeit bis dahin gelaufen und bin trotzdem verreckt das game macht mich ja klar durch die geräuschkulisse ich hab kein plan was ihr da eigentlich tut wir müssen für die company schrott sammeln aber überleg das weg und es wird halt immer mehr an werk was wir rein bringen müssen und dann irgendwann schaffst du es nicht mehr so wie wir jetzt wahrscheinlich naja wir brauchen ja 600 oder so was hat Tobi gesagt wir haben das jetzt leider nicht gekriegt ja ne ich hab auch geguckt wir dürften 2400 noch was haben und wir brauchen 2600 ich sehe absolut gar nichts in dieser Dreckssicht ich bin einfach verreckt weil ich weil er die animation von der tür öffnen wieder abgebrochen hat also ich hatte jetzt auch nur eine v dabei aber trotzdem hat ja das leere katzenfutter kam mit weg bringt uns zwar nichts aber noch was knuff an dann müsste ich den mit meinem lauf auch die ganze zeit hören vielleicht aber dann drückst du ja die tasten nur und tippst dann nicht richtig tippen ist viel lauter richtig tippen ist viel lauter richtig tippen ist viel lauter hier muss nach oben jemand nochmal den Schrank verschoben nö also nicht jetzt ich hab den Laserpointer schon ja schade aber warum sagt das Schiff noch dass mir noch ein Laserpointer braucht dass hier drin noch ein Laserpointer liegt Schiff sagt hier drin liegt noch ein Laserpointer Ah oh ich verstehe verstehe hatte ihn vielleicht in der Hand aber nicht unten in meinem Slot sondern in dem Slot vom ach so hat jetzt jemand gedrückt gehabt nö das war schön mit euch wie viel brauchen wir noch? schon abgegeben? sicherlich nicht naja es wird jetzt eingezogen glaube ich ok hat das schon? ja so brauchen wir jetzt noch 800 irgendwas jetzt brauchen wir noch 400 irgendwas ja wird wohl nichts wollen wir zum Schluss noch irgendwas tolles kaufen nochmal einen schönen Abschied haben und dann noch wiedersehen für den Jetpack hm hm ich mach es so ich verabschiede mich und es tut mir nochmal leid Maria ich hab es echt versucht ok wer will noch zum Schluss einen Jetpack haben? ja why not aber ich sehe es halt nicht richtig weil jetzt ich die ganze Zeit vor Larius gut gute Nacht gute Nacht gute Nacht nachti nacht nacht Juli willst du auch einen Jetpack haben oder? ne ihr seid doch noch nicht mal losgeflogen oder? Penna wir wollen es ja auch hier benutzen Maria willst du noch ein Jetpack? Ja oder nein? Maria ist schon raus achso gut tschüssi tschüss for the fun for the adventure warum ist meine Sicht so scheiße? for the fun for the fun for the adventure nach dir wenn ich den Scan drücke ist das einmal kurz normal? dann mach ich sofort wie ich so blöse ich oh ich hab gerade einfach Schaden bekommen ja du musst glaube ich springen oh ich lege mal unter da wo ich schon mal mit Liz war und absolut verschissen hab oh mein Gott du darfst glaube ich gar nicht VR SD oder so ne scheiß drücken du darfst kein VR SD oder so drücken dann kommst du wahrscheinlich auf das Kücher einfach also lange kannst du das Ding nicht benutzen ne? gerne 10 Meter hoch gekommen oh mein Gott ich drehe mich im KS ich weiß nicht wo ich hinfliege oh Daniel oh ich bin explodiert ne geht so schnell das war richtig geil dich doppelt husten schau das Bild sorry ne alles gut so die anderen wollen ja nicht ah aber wir haben unsere Leiter oder wir können uns vielleicht an der an der Leiter wieder komm mal her oh komm jetzt hier hin du kannst dich grubeln her oder? du kannst dich grubeln her oder? du kannst dich grubeln her oder? ne du sollst dich grubeln du sollst dir genau dahinter stehen zu gehen ich häng fest mich kriegt er nicht